Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist besser gesagt eine Ansage. Ich habe hier einen kleinen Gast heute dabei, der wollte unbedingt zu ihm ins Wohnzimmer. Und folgendes, ich schalte heute zwei Videos frei, das mag er doch nicht mehr. Die heißen Let's Test Spaltkeile. Einmal ist es mit Bildstabien und einmal ohne. Ja, wir gehen ja gleich runter. Das mache ich jetzt nicht um mehr Klicks zu kriegen, sondern einfach, also ich habe versucht im Programm nachzubessern. Und ja, eigentlich lasst mir doch ein bisschen Feedback, ein bisschen Kritiken, ein paar Kommentare da, wie es euch gefallen hat, was man besser machen kann. Und lasst mir bitte die Kiste da in Ruhe. Ähm, ja, Entschuldigung. Wie gesagt, lasst mir ein bisschen was da. Und ja, ich hatte halt die Kamera am Kopf. Ich wusste nicht, wie das Ergebnis wird. Teilweise ist es ziemlich heftig gewackelt. Das wusste ich leider auch nicht. Aber ich habe noch ein Video gemacht, wo ich es mit Stativ gemacht habe. Das kommt dann die Tage nach. Ich sage schon mal danke fürs Anschauen und wünsche euch jetzt sehr viel Spaß mit Let's Test Spaltkeile. Servus! Tschüss! Tschüss. Tschüss- Tschüss. Tschüss! G 4000 Diebelast.